Kalle kuschelt schon mal die Stelle hier warm. Wenn du dann fertig bist mit deinen Nussis und auf meinen Schoß kommst, dann hat der Kalle schon mal warm gekuschelt. Ja, das macht er für dich, aber ich glaube das macht er auch für sich. Tja, da guckst du, guck mal wie der Horsi guckt. Kannst natürlich hier auch noch mit drauf. Mal gucken, ob wir Horsi hier auch noch an der Stelle finden, oder ist es dann dem Kalle mal wieder zu eng. Oh Gott, das finde ich sehr ruhig. Kippt die Kamera hier immer um. So ist besser. Du hängst hier irgendwie ein bisschen durch. Bist du gemütlich? Ja, bist du gemütlich? Ja, bist du gemütlich. Und hier. Zack. Wirst du jetzt Horsi auch noch auf den Schreibtisch? Ne, ne? Du hast jetzt Horsi auf dem Schreibtisch. Eine reicht immer. Oder möchtest du eine von seinen Nüssen? Magst du so eine Nuss? Horsi ist irgendwie eine Salzsäule geworden. Dann Horsi. Hallo? Ah, ich sehe schon. Ja. Da hat er sich ein bisschen dick gemacht vorne. Doch keine Salzsäule. Ups. Das kleine leichte Kalimännchen ist manchmal doch ein bisschen schwer hier so in dem Buffer. Du hängst hier so richtig fett auf meinem Arm. Mhm. Ja. 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 Wird sich Fräulein Mondi wieder freuen. Hören die auch nochmal auf, Mandi? Ich bin wohl da draußen, hm? So viel Knallbum. Na mein Süß, willst du wieder runter? Hier, Kalli wieder absteigen? Na komm, hier soll der Kalli wieder absteigen. Alle hopp, mip mip mip. So ist fein. Möchtest du jetzt die angewärmte Armstelle übernehmen? Oder bist du noch nicht so weit? Möchtest du vielleicht erstmal noch ein Getränk wieder? Ein Getränk? Hier kommt es. Einen Schluck gesunden Saft trinken bitte. Hier. Du bist wie ein kleines Kind. Stell dir vor, es ist Cola. Auch nicht. Gut, dann später. Kommst du jetzt kuscheln? Ja? Ja komm. Komm doch, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch. Kuscheln kommen, kuscheln kommen. Kuscheln kommen. Es ist aber noch nicht sehr kuschelig, was du da machst. Hier sind noch ein Hakibeer. Und dann möchtest du noch weiter essen. Wir hätten was denn gerne. Wir wissen es gerade wieder nicht so genau. Der Kalle hat sich jedenfalls müde gekuschelt. Und... So liegt er. Hm, sagst du so? Du überlegst noch ein bisschen, ja? Aber es ist übrigens sehr schön, wie lange du da gerade schon stehst, ohne umzufallen. Nein, ich habe kein Wort gesagt vom Umfall. Genau, ist weiter. Einfach weiter essen. Guten Appetit.